So ihr Lieben, aufgrund der veränderten Situation gibt es jetzt nur noch Guerilla-Übertragung. Wie ihr seht, ist das hier in Richtung, ich glaube, Grunsbüttler da, mal nochmal schauen, nee, Reichstraße. Am Ende der Reichstraße irgendwo ist diese Aral-Tankstelle, wo vermutlich Schiffmann und so steht. So, einige Leute haben sich irgendwo über die Seitenstraßen durchkämpfen können bis zum Theodor-Heuss-Platz. Aktuell sind hier noch keine Hundertschaften der Polizei. Das wird sicherlich noch kommen. Aktuell ist es lediglich so, dass der Verkehr über den Theodor-Heuss-Platz noch gut läuft, sauber läuft, aber wir werden wohl in Kürze auch hier die Hundertschaften der Polizei zu Besuch bekommen. Und aus dem Grund hänge ich hier jetzt erstmal wieder ein und werde später mehr berichten.